Wie ihr seht, wir sind gut und gut gelaunt in Nähe Freudenstadt angekommen. Der Melchior, der Benni knüpft schon erste Kontakte hier mit den Katzen. Die Mama ist auch freudig überrascht wie Katzen. Und unsere Gastgeberin, hallo Claudi, danke. Hashtag FTS 0605, wir sind hier und wo seid ihr? Bist du nervös Melchior oder geht es dir gut? Ich muss ja zum Glück nicht Gitarre spielen. Aber ich freu mich auf deine Rede heute. Ich freu dich nicht zufrieden. Ich habe ja schon ein bisschen was vorhören dürfen im Auto. Ich freu mich drauf. Bis dann.